Unsere Kirche ist in Äthiopien eine nationale Kirche. Die katholische Kirche ist eine universelle Kirche. Man sieht es in diesem Sinne ein großer Unterricht. Unsere äthiopische Orthodoxe Gottesdienst hat lange gedauert. Einmal. Zum Beispiel bei Karwoche. Wir fingen ab 7 Uhr. Es dauert bis 17 oder 18 Uhr. Ja, bei uns ist man kann sagen auch locker die Leute gehen und kommen. Ja, bei uns gibt es auch viele Priester. In einer Gemeinde gibt es mehr 30, 40, 50 bei großen Klosteren und auch Kathedralen bis 100 Priester. Dass ein Priester müde ist, kommen auch andere Priester und machen wir lange Gottesdienste. Nicht nur ein Priester oder ein Pfarrer. Es war dann so, dass ich, sobald unser Gottesdienst zu Ende war, natürlich es auch nicht mehr möglich war, dass ich hier als evangelischer Pfarrer in den Altarraum gehe. Dann ist natürlich auch ein großer Unterschied, dass in der äthiopischen Orthodoxen Kirche es undenkbar ist, dass Frauen im Altarraum als Pfarrerinnen mitwirken im Gottesdienst. Und das ist natürlich in unserer Kirche schon, nachdem es anfangs ja auch nicht so einfach war, ein großer Schatz geworden, weil wir durch Frauen unsere alten Glaubenstraditionen und auch Bibeltexte ganz neu haben lesen gelernt. Und die sind auch ganz neu eigentlich uns ins Bewusstsein gekommen. Also für uns heute ist das völlig selbstverständlich, dass bei uns Frauen Pfarrerinnen sind. Und das ist natürlich auch etwas bleibend Trennendes. Äthiopien ist ein Land, in dem seit Jahrhunderten Muslime und Christen in einem Staatsverband leben und einigermaßen konfliktarm. Das wird sicher im Einzelnen auch Schwierigkeiten immer mal wieder gegeben haben. Aber jedenfalls auf der offiziellen Ebene gibt es gutes Miteinander. Das andere, was mir auffällt, dass ja die äthiopische Kirche eine sehr enge Beziehung zum Judentum, zur jüdischen Herkunft hat. Wenn ich an unsere eigene Dogmatik denke oder an unsere Dogmengeschichte, dann stelle ich fest, dass wir ja in einer Tradition leben, in dem wir immer das alte Gottesvolk auch als das Vergangene angesehen haben. Und da können uns die Äthiopier auch noch wieder dessen belehren, dass das nichts Vergangenes ist, sondern dass das etwas Bleibendes ist und dass diese Tradition gewahrt ist. Also eine Kirche, die die jüdische Tradition, die jüdische Herkunft und den christlichen Impuls in einer Weise zusammengehalten hat, wie das sonst kaum irgendwo stattfände.